Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Wizard Empire, natürlich wieder mit dem Rotemoon und den liebenswürdigen Herrn Blaze. Lass uns Löcher buddeln. Ich schmeiß gerade ein Netherrack weg ohne Ende. So, ähm, hebst du mal das hier auf? Komm schon. Hier und Garst, du hast auch einen? Naja. Nein, Lava! Eigentlich muss man die Lavaquellen alle zumachen dann, ne? Lava, eine Lavaquelle, die ist jetzt zu. So, und das Zeug verbrennt, dann kann ich das hier wieder reinschmeißen. Ey, das finde ich voll doof, dass das Schweinen in Lava laufen kann. Kann das? Ja. Ach, schon wieder Lava gefunden. So, dann einmal raus hier. Oh, das waren ein bisschen viele XP. Also, XP kann man so richtig gut farmen. Wenn du genug Quarz findest, ja. Oh, was eine Wand auch gemacht. Toll, jetzt verbinden sich unsere Lavaflüsse. Toll. Ich wollte gerade mein Lava wegmachen. Brauche ich dann jetzt, wo nicht mehr machen, wa? Nö. Neumodische Lavaseen. Sehr spaßig. Wie ist es mit dem Schieter in der Wand da hinten? Ich habe nur Mimishite gesehen. Genau da. Warte mal, da muss ich nochmal hin. So, dann machen wir die einmal kurz aus. Das ist aus, das ist aus. B war das, ne? So, erstmal raus ist der Lava da. So, an der Sorge ist einfach runterschmeißen. Da unten ist ja genug Lava. Warte mal, hier. Hier, von hier aus muss ich es runterschmeißen. Genau. Aber es sieht gut aus, oder? Der Lavasee da unten. Ja. Ich habe schon 17 Mimishite. Ja, ein bisschen was kam bei mir auch zusammen. Aber es gibt halt weniger Sachen, die man gebrauchen hat, als in der normalen Welt, ne? Leider. Das stimmt, ja. Aber hauptsache, wir haben Spaß dabei. Natürlich. Nur nicht so oft klicken. Nein, das Mimishite darf nicht verbrennen. Dankeschön. Wie viel habe ich eigentlich noch? Das weiß ich nicht. Wir haben auch nur noch 51.000. Ich habe noch 240.000. Weil ich darf schon aufhören, ne? Ja, so gut wie. Oh, da unten ist Lava. Das trifft sehr gut, dass der Lava ist. Für Netherrack ich einfach hier. Wo ist denn jetzt mein... Weißer. Okay, dann nehmen wir eben das. Ach, da ist es. Diese Lava-Säulen, ne? Die sehen so richtig cool aus. Auch diese Lava hier. Ich hätte mir ein Kristall mitnehmen sollen. Ein Regeneration-Crystal. Ja, Hitze. So, wo ist er denn? Also hier nicht mehr? Nein. Suchst du mich gerade? Hier auch nicht mehr. Da drüben ist noch ein Loch, glaube ich. Ja, da ist er doch. Wo hast du ein Netherrack? Nee. Ich habe mein Zwickler gerade weggeschmissen. Hier habe ich noch. Ah, da geht noch was. Da geht noch was. So, Netherrack kann brennen. Der Rouser steht in der Lava. Ihm ist nicht mehr kalt. Sagst du so einfach in den Jugendlichen, die ich sind? Natürlich. Ach ja, liebe Zuschauer. Der liebe Blaze hat sein Gamescom-Hotel gebucht. Jetzt schon. Für in acht Monaten. Ich freue... Nimm mich doch mit, ja. Ist weggezogen. Und jetzt habe ich den ganzen hier. Ja, das ist ein Netherrack. Aber sowas von. Was haben wir uns eigentlich im Backpack gemacht? Voll unnütz. Ja, hier in der Welt gibt es ja nicht so viel. Aber das ist ein Netherrack. Ja, das stimmt. So viel habe ich noch? 60.000, dann höre ich jetzt auf. Ich bin bei 49. War ein kurzes Vergnügen, ne? Ja, echt, ey. Aber auf der Map sieht das echt lustig aus. Das stimmt. Diese schönen orangenen Vierecke. Oh Mann, ey. Das ist Map-Verschönerung. Ja, ja. Das ist Verschönerung, die man auch wirklich sieht. Dynamit. Auch weißt du, was ich jetzt noch Lust habe? Auch was? Schlagst du jetzt, willst du Schweine schlachten? Natürlich. Die sind ja kein Problem. Ja, aber die machen wir schon Auer. Echt? Ja, mal so instant 1,5 Herzen. Treibt sich in der Gastrum? Keine Ahnung, willst du suchen und schlachten gehen? Ach. Aber, aber. Was haut dich denn jetzt? Boah, vier Herzen weggehauen, ne? Wer? Das Schwein. Welches? Das da oben. Was mir jetzt so vorausvoll anguckt. Wo ist denn hier ein Schwein? Da oben. Da hinten sind welche, die gehe ich jetzt töten. Möge ja dies tun. Mach ich auch. Oh, eine Fledermaus hat mich in Luft gejagt. Oh, wie viel sind denn hier von den Müßviechern? Boah, der hat mich fast umgebracht. Ich muss weggehen. Und der Gast, irgendwo. Ja, ja. Der ist auch da. Alter, Alter. Mach dir Schaden, ey. Tja, sei doch nicht so, ne? Ich gehe jetzt. Ich auch. Ab nach Hause. Ohne Pause. Direkt nach Hause. Denn da ist schön. Wo hab ich denn hier Erkarnstone hergekriegt? Wir hätten hier den Twilight gehen sollen, da, Bäume fällen. Twilight? War ich noch nie. Hier ist Twilight. Will ich jetzt nicht rein ohne Blut. Nein, ich auch nicht. Aber eigentlich schon wieder dunkel hier, weil ich vorhin das dunkel? Ja, es ist immer dunkel. Oh, ich bin falsch gelandet. Wo ist eigentlich unser Haus? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Den nur der Hexer startet, der irgendwo eingezeichnet ist. Ah. Bin da. Viel schneller als du kann das sein. Bin auch zu Hause. Hab ich alle Bound-Dinger wieder zugemacht? Ja. Also richtig hat sich der Ausflug nicht gelohnt für die 300.000, die ich da jetzt ausgegeben habe? Nicht wirklich. Zwei Stacks Nazarek. 28 Mimichita. Das habe ich alles da gelassen. Wie viele Mimichita? Nesser Quarz meine ich. 28. Ich habe nur 31. Okay, das geht ja fast schon. Wo kommt denn die... Da war so ein Schad. Dann habe ich hier Bloodmagic-Dinger. Alles schön wegsortieren, so muss das sein. Oder jetzt einmal in die Kiste schmeißen. Wo tue ich denn das Nesser Quarz hin? Ja. Ja, ja, ja. Was kann ich dir nicht sagen? Gibt halt viele Arcanstone. Auch sagst du, nee, ne? Nee. Ich brauche nix. Sozusagen ein Wunsch, dass glücklich ist, ja. Ich mache gerade wieder mein Blut voll. Weil ich es kann. Ja. Ach, Rossi, ich mag heute nicht in der Arbeit gehen. Ach, jetzt schon wieder halb zwei, ey. Ich habe auch keinen Bock. Weißt du noch dazu, dass ich heute früh eh verpennt habe? Oder gestern früh? Ja, das hast du ja geschrieben bei Twitter. Ja. Der Wecker wollte, dass ich aufstehe. Ich wollte es nicht. Ja. Weißt du, das ist immer das Schöne, ne? Normalerweise klingelt ja um 6.20 Uhr der Wecker. Dann denkst du dir so, ach, heute muss ich nicht zum Becker fahren, ne? So bis 45 geht schon, ne? So, um 45 klingelt dann der Wecker. Dann denkst du dir, ach ja, komm, so bis 7, ne? So eine Viertelstunde geht noch. Oh, nur meistens bleibt es doch nicht bei einer Viertelstunde. Wenn ich das dritte Mal quasi nochmal einpennen, da ist mir der Wecker sowas von scheißegal. Ups. Dingsy abgebaut. Dingsy abgebaut, okay. So, ich sollte jetzt wieder reichen. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Ich verzauber gerade meinen Helm. Und meine Hosen. Oh, meine Augen trennen gerade. Es sitzt heute schon wieder zu lang vor dem Rechner. Man muss ja immer die Arbeitszeit auch mit dazu rechnen, wo man vor dem Bildschirm sitzt. Im Grunde schon, ja. Welche Kristalle geben denn die XP dazu? Es gibt doch hier... Die hat doch Emo-Kristalle die XP dazu gegeben. Wirklich. Aber wie funktionieren die? Ach, da muss man draufklicken. Okay, jetzt sehe ich es. Oh, jetzt habe ich ihn abgebaut. Das ist nicht so gut. Das darf ich glaube ich nicht. Nein. Und jetzt bist du raus. Jetzt kriege ich Ärger. Ich setze ihn wieder hin. Das war ja aus Versehen. Ja, ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt im Nachhinein. Wenn wir beide hier stehen und beide gleich... Komm mal eben kurz zu Dallos Haus, bitte. Ich will das mal testen. Ja, passt. Da, ja, da, ja, 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 genau. Hau mal bitte den rechten Kristall. Also linksklick. Oh, es geht. Wenn ich jetzt den hier klaue, dann müssten wir umso schneller XP kriegen, oder? Äh, wie, 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 linksklicken einfach nur? Ja, einfach linksklicken, genau. Kriege ich nichts. Wie viel hast du denn noch? Ich kriege nur das von dir. Ich kriege von dir. Du kriegst jetzt nichts, oder was? Warte, ich höre mal auf. Es läuft immer noch weiter. Das ist automatisch, aber du schlägst, ich sollte man eigentlich mehr kriegen. Da muss man auch klicken, und das dauert ein bisschen, wenn man es kriegt. Jetzt haben wir schon so viel vorgeklickt. Möglich. Klickt einfach weiter. Mach mal. Ich will auch Protection 4 erhöhen. Wofür auch immer das gut sein soll. Plingeling, 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 Plingeling. Vielleicht sollten wir solche Sachen bei uns auch noch aufstellen. Wenn wir eh Blut spenden können, können wir gleichzeitig noch XP kriegen. Äh, ich weiß aber nicht, ob ich heute nochmal Blut spenden werde. Was würdest du denn machen überhaupt? Weiß ich nicht. Kommt mir mal darauf an, wie viel Zeit das wir noch haben. Äh, sieben Minuten. Wieso, was möchtest du denn tun? Spricht dich aus. Nix. Ich weiß es nicht. Äh, äh, Blaze. Ich weiß doch auch nicht. Auf sieben Minuten rentiert sich halt nicht wirklich was. Nee. Ja, was machen wir denn jetzt? Schade, dass man das Boundzeug, doch das Boundzeug kann man verzaubern oder wie? Kann man? Ja. Looting, Fire Aspect, Vampirismus. Kannst du den Fast Miner auf die Pickaxe machen oder so? Mal gucken. Efficiency. Weißt du, es bringt was? Ich habe jetzt auf meiner Bound-Pickaxe Efficiency 5. Weißt du, machst du noch die größere Löcher? Fortune 2. Weiß nicht, wie toll das ist, ob ich genug Level habe. Ich habe nur 12 Level, das ist ja nicht viel. Oh, Efficiency 4 immerhin. Und am Schwert habe ich Fire Aspect. Echt? Also ich kann die nicht anklicken, ne? Bei mir klingeln die auch nicht wirklich. Nö, das klingt ja automatisch. Wie viel braucht man für Fire Aspect? Keine Ahnung. Schieb doch einfach. Fire Aspect. Eins oder zwei oder was hast du? Ähm, warte kurz. Zwei. Ja, hab ich jetzt auch drauf. Ich hätte gerne da noch voll. Fortune 3. Auf meine Pickaxe. Das ist natürlich auch nett. Hier war auch das Fortune. Und ein paar Level. So 10, 12. Warum habe ich denn gerade Gas gehört? Immer leer, Gas hat. Achso. Da war ja was. Kann ich Efficiency runternehmen und dann für Fortune machen? Was macht der Efficiency eigentlich? Ich weiß, Effektivität aber. Du arbeitest eigentlich schneller ab. Bei einer normalen Pickaxe. Und bei der Wand bringt es also nichts. Nö, weil da klickst du ja sowieso rechtsklick. Gibt es da noch irgendwie Tiere oder so, die ich mal schlachten kann, testweise? Fortune 3 ist das höchst was geht, ne? Ja. Habe ich jetzt auch. Habe ich hier wirklich schon alles geschlachtet? Da ist noch ein Wanderer. Der brennt. Richtig schön. Flying was not allowed on Sys server. Das ist aber frech, ne? Ja. Ich habe gehört einfach meinen Jungs, da muss ich mal kurz hin. Okay. Sind wir nicht hier schon bei einer Viertelstunde? Wir sind bei 18, ja. Hören wir auf. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.